Ein Poet war es leid, als mittelloser Schlucker melancholisch in seinem Spitzwegschicht Stübchen in Sachse Hause zu hocken und amt zu sein. Er wollte hinaus ins Leben und Pulver verdienen mit seiner Dichtkunst. Mit den melancholischen Gedichtscher und Geschichtscher, die ihm vergewöhnlich aus der Federrinne tun, waren natürlich nichts zu verdienen. Doch der Dichter verfügte auch über humoristische Ader und die wollte er zu ihrer Goldader machen und kräftig ausbeuten. Er täte sich ein Repertoire von lustigen Gedichten zusammenschreiben, in Vers gepressten Witz, die er irgendwo aufgeschnappt hat, Kokolores, den er sich selber ausgedacht hat und ernste philosophische Betrachtungen, denen er ein poetisch heiterer Arsstrich gab. Das alles täte er zum unterhaltsamen Stündchen zusammenschusten und als Programm für Familienfeste operieren. Als besonderer Leistung bot er auch, auch noch ein Gedicht über das Leben von dem jeweiligen Auftraggeber zu verfassen. Und bald bekam er sein erst Engagement. Der 50. Geburtstag von einem Mensch, der viel erreicht hat in seinem Leben, besonders nach eigener Einschätzung. Für den offiziellen Teil von dem Geburtstagsfest, was in einem klaren Ort im Odenwald stattfinden sollte, bekam der Dichter eine Woche vorher einen minutiös festgelegten Zeitplan zugeschickt. Außer dem vom Geburtstagskind selbst vorgetragenen Rückblick auf sein Leben, sei persönlich und gesellschaftlich und geschäftlich Erfolg, sollt achter Poet in heitere Vers hier gesetzte Beweihräucherungen des Jubiläums seinem Auftritt bei der Feier voranstellen. Der sollte im ersten Drittel von der Zeremonie, so gehe ich 8 Uhr abends, direkt nach der Rett von dem Jubiläarstaff hinne, damit die Leute noch nüchtern und aufnahmefähig werden für sein dichterische Ägüß. Die Gäste waren sehr kulturorientiert und der hätte bestimmt mit Freude lauschen, wurde ihm von dem Auftraggeber sogar schriftlich versichert. So rückte der Dichter in seinem Aale rote Erfierche zu der Premiere an. Er hat Wieden toll geübt, all seine Gedichte auswendig gelernt und sich lustige Überleitungen ausgedacht. Die Geburtstagsfeier fand im Gemeindesaal mit der großen Bühnen statt. Als der Poet eintraf, war die Musikkapelle, die nach dem Ablaufplan schon seit der Stunde spielen sollte, gerade bei ihr Geläsch aufzubauen, das Schlagzeug zusammenzuschrauben und die Lautsprecher nachzuverkabeln. Es hätt bei der Buchung ein Missverständnis gäbe, erklärt mir einer von den Musikern. Sie hätt gedacht, die Feier wär erst am nächsten Samstag und jetzt hätt sie das Geburtstagskind, wie der gemerkt hätt, dass die Musik fehlt, schnell per Handy beizitiert. Einer von der Kompo, der hätt aber fehle, weil der heut Käschel-Ausflug gehabt hätt und nimmer vernehmungs- und musizierfähig wär. Es war klar, dass sich das restliche Programm entsprechende Verspätung von denen tranfunselische Dorfmusikanten verzögern täte. Aus einer Eck vom Saal tat schon jedes Mal, wann ein Musiker die Bühnen betrat, um etwas aufzustellen, der Ruf Zugabe, Zugabe, Herr Schalle! Endlich war die Versteckeranlage aufgebaut, mittlerweile war es neun und jetzt wollte das Geburtstagskind doch endlich sein Begrüßungsrede halten. Aber die Herren Musiker hatte schlecht gewisse wegen der Verspätung und beschloss erst einmal, ein bisschen was zu schaffen. Sie ergriff ihr Instrumente. Aus der Eck vom Saal rief sie wieder Zugabe, Zugabe! Und die Musik fing an und tat so schnell wieder aufhören. Gehe ich zehn, da hatte die Kerle am Mathe und schliche durch dich von der Bühne. Dann trat das Geburtstagskind ans Mikrofon. Zugabe, Zugabe! klang es aus der Eck, begrüßte seine Gäste und erzählte ausgiebig von seinem erfolgreichen Leben. Der Poet stand unten neben der Bühne und tat geduldig auf sein Debütwatte. Die Kapelle beendete die Rät vom Jubilar absprachgemäß mit einem kräftigen Tusch und da sie gerade auf der Bühne waren, beschloss sie die mittlerweile angetrunkene Philharmoniker gleich noch ein bisschen zu musizieren. Erst nach elf trieb sie die Tasche wieder nun in den Saal. Die geduldige Bohemian war zu dem Zeitpunkt gerade mal in die Frischluft gange. Ein unverzeihlicher Fehler. Als er das Verstumme von der Musik wahrnahm und in das Saal zurückspurtete, war es schon zu spät. Der Herr Böyermeister, dessen Partei das Geburtstagskind angehört hat, hielt er ausgiebig Laudatio auf seinen Kumpel. Im Ablaufplan, der jetzt schon ein paar Stunden im Verzug war, da davor natürlich nichts stehe, der Verstand am Bühneaufgang langen Schlangen von Damen und Herren aus der Familie und im Freundeskreis und von diversen Vereinen, denen das Geburtstagskind angehörnt hat. Alle hatte sie Rett oder einen lustigen Vortrag vorbereitet. Der Poet nahm seinen ganzen Mut zusammen und fragte an der vordersten Reihe, ob er nicht mal sein Programm präsentieren könnte. Da erntet er von allen Seiten heftige und hochachtungsvolle Entrüstung. Er wäre ein Profi und nach seinem künstlerischen Vortrag der hätte man sich doch nur blamieren. Aus dem Grund wollte die Amateurin ausnahmslos vor ihm auftreten. Nachdem alle Rettegehalte, alle Vorträge aus Büchelcher, in denen lustige Sachen für solche Gelegenheiten stehen, präsentiert waren, ging es auf Mitternacht und die Gäste waren inzwischen überfüttert von diversen gehaltlosen Wortbeiträgen und durchnässt von diversen gehaltvollen Alkoholikern. Unser Poet erklom die Bühnen und trat endlich ans Mikrofon. Es ertönte das unvermeidliche, inzwischen mit schwerer Zunge intonierte Zugabe, Zugabe aus der Ecke. Der Poet stellte sich die Mikrofonständer gerade auf die richtige Höhe. Da zuppelte ihm jemand von unten vor der Bühne am rechten Hosebar. Es war leider kein Grubi, nur die Frau vom Jubilar. Sie wollte dem Künstler auch nicht die Hose runterziehen, sondern baten energisch, seinen Vortrag zu verschieben, weil schon die ganze Zeit in Nichte mit ihrer leicht begleitet und mittlerweile frieren Bauchtanzgruppe draußen im Zugischen Gang stehen hätte. Die müsste jetzt erst einmal als Überraschung ihrem Onkel was orientalisches vortanzen. Der Dichter trat ab und wurde trotz des nett geleisteten Vortrags mit einem leicht gegrölten Zugaberruf aus der Eck vom Saal bedacht. Die Odenwälder Mädchen betraten in neckischer Bauchtanzkostümchen die Bühnen. Einer von den Musikern hatte den Auftrag, eine CD mit orientalisch Musik einzulegern, abzufahren. Das Licht im Saal wurde abgedunkelt. Der behäfte Schlagzeuger, der sich aufgrund innerer und äußerer Dunkelheit vergreife, licht die CD von irgendwelchen Zillerdaler Spatzejäger ein und der die grenzdibile volkstümliche Musik voll Rohr aus der Lautsprecherboxe in der Saal blase. Die Verwirrung beim Publikum und erst recht bei den Odenwälder Bauchtänzerinnen war enorm. Hektisches Gemach und Geduch hinter der Musikanlage und bese Blicke von den halbnackig erfrierenden Tänzerinnen. Endlich war die richtige Musik eingelegt und die Show konnte losgehen. Die Mädchen, nennt alle miteinander orientalisch grazile prima Ballerinas, sondern teilweise eher von okzidentialisch odenwäldlerischer Präsenz, tanzte in dem abgedunkelten Saal mit dem Teelicht in jeder Hand drei orientalische Tänze. Danach kamen nicht nur aus der Ecke das unvermeidliche Zugabegebrüll, sondern alle Gäste waren begeistert von deren moriländische Darbietung und die Bauchtänzerinne durfte noch zwei Tänze hinne dranhängen. Dunkel war's, orientalisch-romantische Stimmung, Odenwälder Mädchen mit Teelicht in jeder Hand, Applaus, Verbeugung, Abgang, Vorfreude beim Tischten, und dann ein versterlicher Schrei, Stille im Saal, Lichtaar im Saal. A von denen sehr präsent so Laikas war auf der Treppe ausgerutscht und der direkt vor dem Poet, der gerade auf dem selben Trepp die Bühne hochgehen wollte, hieb Lacke. Sie lag unter am Bühneaufgang, hielt sich der rechte Knöchel und da jämmerlich flennen. Die ganze Gemahe kam zusammengelaufen und begutachtete den Knöchel, der sich zügig in Richtung von dem kleinen Presskopf entwickeln täte. Man beschloss, das Mädchen auf der Kolter erst einmal in stabile Seite lachzubringen und ihren Haxe zu kühlen. Leider war es Eis schon ausgange und so wurden laufend mit kaltem Wasser getränkte gebrauchte Spültücher erageschleppt. Man beschloss, ein Sankar kommen zu lassen. Das war eine Prozedur, die ihr Zeit in Anspruch nahm und währenddessen im A-Blick von dem leitenden Wesen neben der Bühne mit dem in der Zwischenzeit in alle farbisch schillernde Ohnweller Presskopf am rechten Unterschenkel niemand an ein humoristisch poetisches Programm denke. Trotzdem schliche sich die Musikante von hin auf die Bühnen und übernahme das Geschehe um die Wartezeit auf die kranke Ware mit sentimentale zu der außergewöhnlichen Situation passende liedische zu unermahle. Besonders das Lied Das machen nur die Beine von Dolores fand die mittlerweile im Hochpromillebereich agierende Musikante sehr angebracht und spielte die Nummer gleich viermal hintereinander weg. Der Sanga kam und die verletzte Laika wurde auf der Vertrag beim Klang von Bill Remses Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe aus dem Saal gebracht. Der gutherzige Poet ging mit zum krank Gewahre und trug und trug dem jammernden Mädchen seine Klamotte hinterher. Als er zurück im Saal war, so gehe ich es zwar, war der mehr wie halb leer, die verbliebenen Gäste mehr wie halb voll und die kollegische Musiker waren gerade dabei, die Verstecker anlag, samt dem Mikrofon, über das der Poet eigentlich sein Programm präsentieren sollt, abzubauen und einzupacken. Vom Jubilar und seiner Frau war weit und seiner Frau den gerade heimbringe und deshalb fiel auch die Übergabe von der Gage ins Wasser. Der Poet schnapp traurig und müde seine siebe Sache und bevor er verließ stieg er noch mal auf die Bühne von der sein mit so viel Herzblut erstelltes Vortragsprogramm nicht halten hätte dürfen und guckte wehmütig auf sein nur noch spärlich vorhandenes Publikum nun und kaum stand er Tische raus Zugab Zugab Naja wenigstens ebbs seufzte der arme Poet der hitt sich in sein Aalrot er vierche hocke und machte sich betrübt auf der Hamweg zurück nach Sachse Hause hocke zu hocke hocke